Moin Leute und herzlich willkommen zu weiteren Klassentunings bzw. Nerfs für den Überlebensseger und den Zerstörungshexenmeister. Jetzt endlich trifft es mal hier die Richtigen und das Ganze wird dann live gehen am 20. April mit den wöchentlichen Wartungsarbeiten bei uns, am Mittwoch natürlich. Und was genau sie hier nerven ist folgendes, und zwar das Legendary Wildfire Cluster. Die Explosionen davon verursachen jetzt reduzierten Schaden, sobald man damit über 8 Ziele hinaustrifft. Ja was genau ist das hier eigentlich, das ist die Lauffeuerstreubombe und sobald ihr halt mit diesem Legendary 8 Ziele oder mehr trefft, oder über 8 Ziele hinaus halt trefft, dann macht man einfach nicht mehr so viel Schaden. Und dementsprechend ist das letztendlich eine Abschwächung des Überlebensjägers in AOE-Szenarien, beziehungsweise einfach ein Mythoschluss halt, kann man so sagen, ja, weil im Mythoschluss hast du meistens sehr sehr krasse AOE-Szenarien, Big Puls, und das wird dementsprechend abgeschwächt. Und als zweites wird hier der Zerstörungshexenmeister genervt. Das Talent Inferno hat jetzt eine reduzierte Chance mit dem Zauberfeuerregen, weniger Seelenfragmente oder Sehensplitterfragmente zu generieren, sobald man damit über 8 Ziele hinaus trifft. Also auch hier ein krasser AOE-Nurve, ihr kennt es alle von den Zerstörungshexenmeistern, in Mplus aktuell über 200.000 Burst DPS in sehr sehr Big Puls oder sogar noch mehr, und das war wohl einfach dann doch zu viel des Guten für Blizzard. Und ja, wie gesagt, also Feuerregen betrifft das hier mit dem Talent Inferno, das haben wir hier. Hier steht ja, der Schaden von Feuerregen wird um 20% erhöht, und die Fähigkeit hat eine Chance von 20% ein Sehensplitterfragment zu erzeugen, und darum geht es halt mit diesen Sehensplitterfragmenten, da hat man einfach zu viel von bekommen, und das soll jetzt dann wohl nicht mehr so krass sein. Und zuallererst haben sie hier erst einmal das so gemacht, dass es nur über 8 Ziele hinaus betrifft, und dann anschließend haben sie das nochmal verschärft, und sie haben das quasi noch weiter genervt, dass es jetzt, sobald es 5 Ziele hinaus trifft, generiert man schon weniger Sehensplitterfragmente. Also, ja, da schreiben sie hier auch, nach weiteren Untersuchungen haben sie sich das Ganze mal so angeschaut, oder wahrscheinlich eher auf die Community gehört, und gesehen, dass es trotzdem noch, auch wenn es nur über 8 Ziele hinaus verringert wird, trotzdem noch zu stark ist, und deswegen machen sie jetzt über 5 Ziele hinaus. und, ähm, ja, sie finden es immer noch, dass es sehr overperforming ist, also OP, dass diese Synergie einfach zu stark ist, ähm, bei 8 Targets, was halt der ursprüngliche Nerf war, und deswegen machen sie das jetzt schon, sobald man ja über 5 Ziele hinaus trifft. Also, was nehmen wir davon, äh, raus aus diesen Nerfs, ja, es sind halt Nerfs, die, äh, primär nur, würde ich sagen, M+, betreffen, weil da hat man ja, also sind ja nur für Big Pulse, und, ähm, ja, das Problem ist nur, dass sie hier das Talent Inferno wirklich verändern, basierend auf, ich glaub, das hat ja auch mit dem T-Set-Bonus und so zu tun, mit dem Zerstörungshäxenmeister, dass sie so stark sind, und sobald dann Patch 9.2 vorbei ist, und wir in 10.0 sind, ist der Zerstörungshäxenmeister eventuell wieder komplett Schmutz, weil Blizzard es einfach vergisst, dass sie da Sachen geändert haben, in Kombination mit T-Set, und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, dass sie da dann Talente einfach weg nerven, sozusagen, ohne das halt in Betracht zu ziehen, dass es ja sobald 9.2 wieder vorbei ist, dann ist es wahrscheinlich kompletter Schrott, und, äh, ja, das ist so ein bisschen schade, also ich find die Herangehensweise nicht optimal, aber vielleicht geht's auch einfach nicht anders, und dann machst du nix. Ich würd mal overall sagen, die Nerfs waren auf jeden Fall, ähm, gebraucht, also diese zwei Klassen machen halt schon zu viel Damage, im Vergleich zu anderen Klassen, in High-M-Plus-Bereich, ähm, oder auch schon in Low-M-Plus-Bereich, und dementsprechend sind das meiner Meinung nach gute Nerfs, so werden sie zumindest ein bisschen wieder näher rangebracht an die anderen Klassen, natürlich muss man ja trotzdem dazu sagen, wahrscheinlich sind die beiden Klassen trotzdem noch sehr, sehr stark, und spielst du eventuell trotzdem noch auch mit diesen Nerfs, aber, was trotzdem halt gut ist, sie kommen jetzt näher ran an den anderen Klassen, vielleicht haben sie hier den, äh, Zerstörungshäxenmeister schon komplett zerstört, das weiß ich nicht, ich selber spiel keinen Zerstörungshäxenmeister, aber dass, ja, man jetzt weniger Seelensplitterfragmente schon generiert, sobald man über fünf Ziele hinaustrifft, ist, äh, schon wahrscheinlich nicht so geil, also wird wahrscheinlich schon einen gewissen Effekt haben für die Zerstörungshäxenmeister, das ist schade, aber das sind jetzt erstmal so die Nerfs, also jetzt hat es endlich mal die richtigen Klassen getroffen, meiner Meinung nach, die echt ein bisschen zu stark waren, und, äh, ja, dementsprechend schreibt mir gerne eure Meinungen dazu in die Kommentare, und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr ja noch ein Like da lassen, wenn ich da nicht, bedankt fürs Zuschauen, haut da rein, ciao, ciao. und ansonsten würde ich euch gefallen.